willkommen zurück zu legend of grimrock 2 und verlag einer reise die modifikation die alle sich freuen oder so denn wir sind hier in einem labor in einem alchemisten labor und alles ist super mal abgesehen davon dass sie alles nicht so richtig super ist ja ich hoffe dass da keine viecher wasser sind denn wir müssen wir müssen nicht aber könnten hier längs wie sagt das machen wir trotzdem einfach mal so da oben war auch etwas feines nach von mir aus und wieder etwas geht's jetzt los ist auch nicht von experiment mit kreaturen die rede hier sind lauter viechers vielleicht auch nicht schlecht wir müssen ein bisschen aufpassen wir wurden schon des öfteren überrascht von viechern eben für die energieregeneration ist natürlich ein traum nutzen einfach mal der weg ist der weg ist da frei mehr oder weniger nachdem wir jetzt hier das gedrückt haben ist hier die tür nicht aufgegangen da würde ich ganz gerne noch das nest alle machen wenn ich schon mal hier bin naja eine brücke und ein schwert mag es ein flammenschwert sein wir probieren es schlecht naja dann einmal und nichts ist geschlüpft ist ja auch nicht unbedingt verkehrt irgendwie muss das doch oder gibt es hier ein schalterchen der das nein vielleicht nicht vielleicht nicht vielleicht doch wer weiß es wer weiß es verdammt bin einfach nicht geschickt genug vielleicht mehrfach klicken gibt es das vielleicht gibt es hier unten noch einen schalter der das ganze vereinfacht nein ich komme einfach mit dem wurschtgriffel nicht daran macht nichts müssen wir noch ein paar mal versuchen irgendwann werden wir schon siegreich sein und zwar beim nächsten mal was ist denn los mit mir wieso treffe ich dich hier ähm okay vielleicht gibt es auch einen mechanismus der das ganze irgendwie ne der mechanismus ist dort hmm ich möchte das schwert haben deswegen muss ich es leider ein paar mal versuchen ich habe mir gleich einen schnitt und sage wieder willkommen zu ah da ist es ein feuerschwert oh feuerschwert hier ist es nicht flammenklinge das andere ding ähm ja ich weiß es nicht flammenklinge feuerschwert okay diese klinge die klinge dieses magischen schwertes glüht in einem sanften orange voll magie und leichte waffen 8 bis 20 ah okay das ist die etwas schlechtere dafür ist die aber genauer und schneller sag mal schneller und schaden ist ein bisschen geringer dafür ist es schneller und es ist genauer man trifft mit dem ding öfter und wahrscheinlicher und es ist leichter kann aber der andere nicht tragen ne ne Feuer hat nämlich nur einer glaube ich oder Feuer magie ja hat nur der gute Hexer Feuer und Luft magie ähm ja ganz nett aber eher nicht für uns oder und das hier will nicht aufgehen es will einfach nicht Schnecken ah jetzt merke ich es ja das Schneckenfleisch ist genauso nährstoffreich aber doppelt so schwer ich verstehe ne die will einfach nicht auf die Tür ne muss sie auch nicht möchte ich da hin vielleicht sollten wir erstmal nach unten hier ist eine Leiter wir können also wieder hoch und da linken kaputter toll ja sauber voll reingelangt hm häusend das ist häusend 43 und hat er gar nicht mehr getan ne ist wieder gut alles gut ja sauber ja war schwer zu schwer zu erkennen eine Notiz äh sind gekommen um dieses wahnsinnigen und seine dieses wahnsinnigen und seine Mutanten aufzuhalten wenn alles nach Plan läuft und ich an das glühende Schmerz komme das ich vorhin erspäte dann sollte das mit SS also muss das sein dann sollte sich das doppelt auszahlen ok der Text möchte bitte nochmal überarbeitet werden oh so viele Böhmchen Tank des Ausweichens ok haben wir doch irgendwo schon in einem Sack genau Tank des Ausweichens lecker Eidex am Stock für den Rattenmann feine Bandagen für den Herren und ein rostiges Kursschwert das ist jetzt nicht ganz so toll aber wir nehmen es einfach mal mit weil wir es schon mal haben wer hat der hat 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 und hier hast du jetzt auch einen Schatz und eine Notiz schrecklich ne schrecklich fehlerhafte Notiz das sieht grün aus wie bitte ja Feuer mag es mag es nicht kommt es vor mir oder hinter mir hinter mir oh man muss das denn sein Feuerball na Feuer heiß ne einfrieren Feuer ein bisschen das andere Zeug ja knapp 300 Mark für den für das ja ja da müssen wir uns selber draufstellen Moment ähm Beinchen kaputt kriegt man das nicht geheilt jetzt noch nicht was von Ratiofarm beziehungsweise Zauberzweig genau Kostanzauberstab geschnitzt aus einem dicken Zweig seiner Oberfläche ist mit Windruinen äh Ruinen Windruinen übersät ne doch übersät nicht übersät ich weiß ja nicht da fehlt was passiert ähm Gift sieht jedenfalls so aus als ob es da gleich Gift gibt und wir holen jetzt schnell die Bombe eine Giftbombe was auch sonst ich traue dem Gang da nicht der ist so dünkel dünkel na so wenn was kommt ah man kann natürlich auch die äh Lichtfalten aufstellen wenn es hell wird weiß ich Moment da kommt was ach der kann es jetzt auch der kann es auch super ähm gibt es hier noch mehr wieso gibt es das ich muss mich hier persönlich drauf stellen und dann gibt es eine Gift Gifthalle und hier werden wir glaube ich rein teleportiert ne nochmal auffrischen ja ja gut dann muss es eben sein ähm zack das endet im Wasser das endet im Wasser okay und dann kommen wir da hin jawohl schlecht oh man jetzt ist guter teuer so ein Fahrrad ach man oh oh bitte melde dich lass mich doch mal raus hier du Affe sowas fein naja so jetzt seid ihr dran oh schweigen gehabt das war nicht ganz so souverän gelöst muss ich mal zugeben aber dafür geht es jetzt ein bisschen ärger von hier was war das das war dumm ein Licht hätte ich gerne ne denn es mangelt an Licht Feuer naja Feuerball richtet's hm hört mal schön aufrecht die Lichtgeschicht das könnte nämlich ganz gut sein auch nicht doch du kannst echt keinen Meter latschen ohne vergiftet zu werden in dieser in dieser stinkenden Grotte das war so klar oder was hat der denn für ein Problem Alchemie mhm Wassermagie hast du getroffen nicht so richtig oder schon naja ok das kann ich mir schenken da könnte ich schon mal jetzt Ärger machen genau hm ob das so hilfreich ist ich weiß ja nicht oh oh ah die wollen nicht hm noch ne Focke ich bring's einfach mal an einfach nur so weil vielleicht ist es das Richtige so was gibt's hier unten noch gibt's hier noch was Feines irgendwelche leckeren Kräuter vielleicht oder Schalter an den Wänden sieht nicht so aus ne ok gar nichts gibt's hier unten scheinbar nicht nein die werden ja mal schon abge gelopft ja optisch kann man es noch hochschrauben aber nicht mit Aufnahme das scheint nicht zu funktionieren ja ähm das schreit doch nach ich darf hier ich muss hier rein und da geht von zwei Seiten drauf ähm mhm vielleicht erstmal lahmlegen und dann mit Feuerbomben arbeiten oder oder ihn lassen wir mal außen vor dann heilen wir mit ihm und die anderen machen irgendeinen Quatsch ok so krass war das nicht vielleicht hätte ich erstmal Giftresistenz saubern sollen ok und noch ein Versuch ja gut das funktioniert recht gut auf ein drittes ja läuft sogar besser als gedacht er blindet macht natürlich gar nichts wenn sie einfach auf dem Feld ihr Zeug da zaubern komm wenn wir schon mal dabei sind machen wir schön Heilung für alle und dann darf der mal schnell regenerieren wir haben ja eh einen Moment Zeit weil naja die sollten wir vielleicht wieder mitnehmen die Fackeln weil die haben wir ja gerade schon gebraucht zahlreich haben wir sie verwendet ok irgendwas knirscht wenn es knirscht ist das selten gut hier ok das Licht brauchen wir nicht war das vorher schon geöffnet ja oder genau hier war der Erleuchtungsraum hier ist geöffnet achso hier hier ist knistern jetzt kommen glaube ich die ganz besonders unangenehm Gesellen Moment ähm den Bereich haben wir oder sollt ihr eigentlich wieder mitnehmen oh oh ja ok ja das war mir fast klar jetzt sind wir jetzt haben wir ein Problem oh sehr gut volle Möhre reinhalten sehr schön die platzen alles klar Fall gelöst ich dachte schon wir hätten ein Problem aber wenn das funktioniert ist alles super so da könnt ihr mal gleich das nächste Schild machen die sind ganz mies die Viecher sehr unangenehm die Zeitgenossen wirklich sehr unangenehm da wird es sich wirklich lohnen hier einfach damit zu arbeiten hier wird hier einfach in ihren niedlichen oh oh ja was machen die Wunde Gelenkte was ist das Wunde Gelenkte Gelenke wie soll das an T ihr habt Wunde Gelenke Kraft minus 5 Lebenskraft minus 3 Energie Regeneration verlangsamt zum Glück haben wir den magischen Beutel äh 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 achso Lack injury gut dann äh bitte mal die Fußboden heilen ja die machen nämlich diese Dinge so du hast eine Waffe gleich wieder in der Hand so wie sie jetzt gehört komm dem können wir ein Kraut in die Hand drücken jetzt wo gerade eins frisch gewachsen ist mhm ach Giftbombe genau oder beiß ins Gift die lassen sich nämlich leider nicht festtackern wie ich schon befürchtet hatte Schlüssel wir haben keinen Schlüssel gefunden bislang ne also kommen wir hier nicht mehr zurück jedenfalls nicht für den Moment könnten wir könnten wir da raus also der Rückweg ist möglich aber hier unten gab es auch noch was da sollten wir jetzt auf jeden Fall mal hingehen ähm so vielleicht sehen wir zumindest was oh oh schlechte Idee schlechte Idee so einfrieren da will ich uns geben die ordentlich Erfahrungspunkte hmm wo haben wir ach ja hier ist ja zu hier ist noch nicht zu das führt ja wieder nach draußen ne den Tresor haben wir noch nicht und wir sind noch nicht dahin gekommen wo der okay hier ist wieder offen oh oh wo der Schnecken Mensch raus hat schön einfrieren ah verdammt äh zack aha naja so kriegt man das hin sauber jetzt mal überlegen kann man Verbannung okay spielt keine Rolle schnell wieder Energie herstellen am besten nicht zu nicht zu forsch schön Stück für Stück das sind echt miese Viecher ja die haben wir auch noch können wir auch noch drauf schmeißen aber das letzte Mal bei dem letzten Durchlauf der einst oh Gott ja geht das äh mach mal Giftheilung bitte ja hier den Weg haben wir schon mal gesehen das ist dieser Durchgang der ist halt so geschüttet stell dich doch bitte nicht so an stimmt Erdmagie Moment Erdmagie 5 und ähm wer war das er hier ne Erdmagie 5 er braucht Konzentration 5 genau dran denken bitte wird das noch was oder nicht ich glaube nicht oder wir warten einfach einen Moment ab hoffentlich denke ich dran und fände ich einfach tot um wieder bei uns ins Gift hmm da ist der schicke Stab aber ich glaube ich lasse ihn erstmal noch liegen Schneckenpanzerhelm what äh okay äh dieser muffige Teil einer Schneckenpanzerschale weist eine kreisförmige Vertiefung auf in die überraschende Weise jeder Kopf passt okay Speeradpanzer weg oh Kampfmagier trägt das komplette Schneckenset ja nett nett schlecht was tut es Evasion gibt's mehr 17 14 20 34 34 ah wahrscheinlich Päusen oder 8 ne 44 13 39 ja ein bisschen Kälterresistenz ach ne kommt von den Schuhen hier ist die 18 ich meine 18 5 kritisch was tut es hm wer weiß es ich weiß es nicht aber es macht ja nichts du musst ja nicht alles wissen Gift Schild Trank ähm okay da waren sie wieder meine drei Probleme können nichts mehr tragen ja nur hm Beißungsgift ist super Vitalität auch naja ein bisschen was können wir noch tragen aber langsam langsam wird's kritsch ja das Futter brauchen wir nicht zu uns nehmen Sterol wird verbaut ist gegen Säure ist ganz gut gegen Spader zum Beispiel diese komischen Schlangen die wir schon kennengelernt haben da lohnt sich Giftresistenz dann tatsächlich doch man soll's kaum glauben gegen Säure ähm wir hatten der eins mal vorgehabt ein bisschen was mit Fernkampf zu machen das Giftzeug obwohl es wird sogar wird sogar lohnen oder weil die Viecher ja mit Gift und so eingesperrt werden Fahrdangskettenhelm ja oh oh da kommen sie ok hätten wir vielleicht vor allem machen sollen aber Gift wirkt ja auch bei den anderen so das müsste reichen ne drei jeweils sollte vergiftet das war dumm das war dumm leider viel zu dumm ok die Giftfolge am Schluss hätte ich mir echt sparen können aber wenn hier noch mehr sind er öffnet immer weiter seine Pforten aha äh Feuer müssen wir auffassen dass wir hier nicht eingekeilt werden k-k-k-k ok schlecht aber gar nicht so schlecht hier ist ein Dope ne aber da waren doch noch welche hier ist zu ich sehe euch ne die Tür bleibt zu ist zu bleibt zu na von mir aus hab ich schon gesehen muss das denn sein verdammt Hilfe ok dann sparen wir das Zauberer gained a level sehr schön und wir haben gesagt Konzentration weil Erdmagie und Konzentration muss hoch weil dann irgendwas passiert genau du haltst mal du ist mal gegen ach komm warum auch nicht warum eigentlich nicht Resistenz erhöhen vielleicht hilft's und wenn nicht sieht's zumindest toll aus ah ja übrigens wie ist der denn schon wieder ach ja wunde Gelenke hat er ah ja der wurde getroffen dann Wundfieber aktivieren und heile heile segen es geht schon wieder so Futter ist nicht mehr kein Problem mehr meine ich verätztes Pergament alles zugemüllt dieses verätzte Stück Pergament berichtet von erfolgreichen Experimenten und erwähnt die Gefahren der Erschaffung von bestimmten Kreaturen it bears the signature of a certain hoch ja hier muss ich nochmal Korrektur den Korrekturstift anlegen wieder mal dieser TH den haben wir schon kennengelernt der war ja auch der Alchemist im Süd Südwesten der Region Schamanenstab vergleiche am besten direkt mal mit dem anderen oh man niemand kann irgendwas tragen das ist natürlich toll zum Teil jedenfalls Schlüssel können wir auch wegpacken brauchen wir momentan nicht ganz so doll hierfür wäre es vielleicht ganz sinnvoll gewesen aber ich glaube der Zug ist abgefahren abgefahrener Zug äh Schachzug wo sind wir denn hier das war ich wollte irgendwas gucken genau vergleich was kannst du Schamanenstab Energie 10 erst mal lesen ein von Runen übersätes Stab an dessen speziell ein giftgrüner Edelstein prangt der sanft leuchtet ihr spürt große Macht die von dem Stab ausgeht ok hat also genauso erdgebunden wie auch Stab der Wolken überschleunerten Giftbolzen ok braucht Konzentration 2 Energie 10 Vitalität 2 also die sind identisch 2 bis 7 achso das ist keine keine Angriffswaffe ah ok kurz überlegen bricht den Hauch mehr aber da haben wir mehr Lebenspunkte oh nicht schlecht das heißt man kann damit schießen und zwar endlos man braucht nur und nicht mal besonders so viel Energiekosten 25 oh ok Sturmsaat kann Blitz zaubern eigentlich müsste er das nehmen oder was ist denn der Unterschied Willenskraft plus 1 achso es gibt sonst weniger Willenskraft Energie 15 ja gibt sich ehrlich gesagt nicht so wirklich viel und das ist jetzt die Lichtgeschichte vielleicht ja ich wette sobald ich ihn aus der Hand lege brauche ich es wieder ist das vielleicht eine Option nein das gibt uns mehr Energie 10 Punkte mehr zu 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 10 hier hätten wir das Licht eigentlich kann ich das eh wegschmeißen oder Energie plus 20 ist zwar nett ja ist wirklich nicht so schlecht erhöht halt alles aber naja falls wir mal Licht brauchen wissen wir ja wo wir ihn haben und der kommt einfach so weg schmeiß ich einfach weg ist mir egal ich drehe mich nicht um der kommt in Müll Feierabend Feierabend Emma ok ist das einer von den guten oder von den bösen Pilzen kommt eine Bandage aber irgendwo irgendwo liegt eine Bandage rum genau ein Pilz der Lebensenergie gibt und die hätten wir gerne und der ist mittlerweile schon so ein bisschen hintertreffen mit 184 jetzt deswegen kriegt er das so gleichs mal durch oh oh wie bitte na du die Tür ist immer noch zu ah direkter Weg indirekter Weg und wieder einen Pilz der Lebensenergie kriegst wieder du so krass sind wir heute unterwegs 190 hat er schon das wird zum Tresorraum heißt es wieder zurück wahrscheinlich ne welches ist der Tresorraum dieser jene oder welcher wir probieren mal den daneben aus tja ein Satz mit Y Y gut dann hier längs wir haben den falschen Teleporter benutzt wir wollen nämlich hier rein na du ah hat alles schon raus gebeamt Krabben in da rein runderschlüssel ah ok dann sehr schön das hätte ich aber trotzdem gern was was auch immer was auch immer es sein mag ist ein bisschen besser als nichts mhm vor Schritt zurück und sehr schön eine Stabachst ist garantiert nicht zu uns obwohl requires schwere Waffen zwei mhm und cleave braucht dann vier ja ist nichts für uns und Widerlebenskraft also diesmal kriegt es war er gained vitality plus one nordwind wagasashi wagisashi der kreft dieses wagisashis wagis ach fühlt sich eiskalt an ihr spürt förmlich die gewaltige Frostmagie in der Waffe oh leichte Waffen 3 Wassermagie 1 leichte Waffen 3 Wassermagie 1 Wassermagie 2 leichte Waffen 1 verdammt wir wollen doch Moment ah Wassermagie hätten wir doch mal einen Punkt in äh leichte Waffen und so aber gar nicht mal so schlecht oder äh für den ist nischt Wassermagie leichte Waffen nur die vorderen beiden haben leichte Waffen Fertigkeiten Rubin braucht kein Mensch ist auch egal wir sind ja Insekten von daher wurscht okay also wir könnten diese Waffen schon mal so ein bisschen behalten so ein Hauch so ganz leicht ist auch nicht sonderlich schwer das Ding ist wirklich nicht so schwer aber wir benutzen erstmal den runden Schlüssel noch ein Pilz nochmal Lebensenergie also hat sich schon gelohnt zack geht's als weiter fast 200 voll die Hand des Feuers und voll die Hand des Lebens oh okay 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 ein dicker Wälzer oh das ist eh so groß ein dicker Wälzer der detailliert von der Ernährung und Übungen der Einsiedler Übungen der Einsiedler von Basabua berichtet voll die Hand des Lebens wer hätte gerne noch mehr Lebensenergie ich würde sagen der Hexer Hexer steigert Leben plus 25 voll die Hand des Feuers Feuerresistenz plus 20 der Umsteig dieses Wälzers glüht wie heiße Kohlen Gesang und Feuerrituale sind hierin ausführlich niedergeschrieben wer hat Feuerprobleme Stärke ist das ne Resist Fire 91 hat er schon ihr leckt mich am Kittel einer von den beiden würde ich sagen vielleicht aber auch der vordere Feuer Elementarwiderstand hat er schon 10 Punkte und trotzdem es reicht halt nicht Rattenmann oder wer hätte es gerne mein Gott haben die viele Zaubersprüche naja als Magiebegabte sind sie halt nicht unbedingt Magie untalentiert wer will Feuer wer hätte gerne Feuer Resistenz ist eigentlich egal oder aber aber vorne würde ich das halt schon wahnsinnig gerne in die Hand rücken Feuer Resistenz ja wir geben es vorne dem Kampfmagier steige Feuer Resistenz 64 sehr schick damit sind wir hier durch oder ich glaube schon perfekt alles ist gemacht der Süden da haben wir alles geholt hier haben wir alles ausgeräumt und im Norden waren wir auch haben das Feuerschwert leider schlechter als die Feuerklinge die wir schon haben mit Flammenklingen oder was auch immer ja damit sind wir hier durch und ich glaube ich glaube damit sind wir durch den durch den Sumpf durch ja hat eine ganze Weile gedauert man versteht jetzt vielleicht warum der nicht so beliebt beliebt ist bei bei allen aber naja zumindest ist er damit durch auch dieses ziemlich heftige Dungion haben wir auch alle gemacht mit ja ich meine wir haben sehr viel Intelligenz weil wir sind ja so super schlau und deswegen haben wir da einfach den Trick angewendet mit dem lustigen Kasten und dann Gift rein und Feierabend Emma ja das war gut das hat funktioniert einfacher als ich befürchtet hatte wenn ich dachte das wird ziemlich übler Quatsch hier drin aber naja so ist eh besser was machen wir als nächstes ich würde sagen wahrscheinlich in Richtung Erdessenz endlich mal aufbrechen dass wir in den Norden kommen danach das wird danach dann wahrscheinlich auch nochmal übel müssen wir mal gucken dass wir die richtigen Resistenzen mitbringen und so weiter deswegen habe ich auch die lustigen Schuhchen nie also ich habe sie da weggeschmissen aber im Refugium liegen sie wir brauchen Kälteresistenz irgendwann jetzt erstmal untote klatschen beim nächsten Mal ich sage danke fürs Zuschauen und bis denne ciao ciao und bis zum nächsten Mal